Jo Freunde, was geht ab? Honey am Start. Freunde, es ist ja nicht so weit. Die Bundesliga-Totzen ist draußen. Wir sind gehypt. Da ist ja ein Platz freigeworgen im Team. Wer könnte da nur reinpassen? Ok, das passt. 2,11,81 plus Bundesliga-Packs. Ich fühle es, ich fühle es. Jude oder Ehrling sind da auf jeden Fall drin. Ich fühle es. Gulasch? Okay, wenn ihr A nicht gönnt, dann holen wir uns unsere Spieler halt so. Ok Freunde, Team steht, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ruhig. Pizza. Ja! ZIE! Ja! Er holt den Ball mit der Gretchen! Das ist das eine, diese Spielziele! Da ist alles drin! Ronaldo! Oh, jetzt ist das Wasser draus! Und da wissen Sie natürlich, der kann auch mal... Ja! Nope! Ey! Dritte Mal Pfosten! Es ist so lächerlich, ey! Es ist so lächerlich! Der erste Torschuss von dem Hund! Ey! Ey! Ah! Oh! Ey! Es gibt's nicht! Ja, kriegt er den Schuss durch! Ach, heiz die Maul! Echt! Ja, dem ist ein Schuss! Moin! Servus! Moin! Schöne Stakeling von dem Baller Omer! Sie machen das Tor! Auf die Wale! Christiane Monal! Das Tor wird hier nochmal für klare Verhältnisse! Und mit dieser Führung im Rücken, da könnte jetzt Ihr Spiel aufzielen! Oh! Zack, 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 zack! Schwindelig gespielt! Okay! Damit ist dieses heutige Spiel also zu aktiv! So, witzig! Hey! Da kommt doch die Nose! Wir haben alle drei Freunde an der Strecke! Juuu! Ja! Pff, Pff! So, Herr Stalphers! Steiget Spiel, gute Idee! Oh! Ja! Ah, hör mal! Ach, der erste Torschuss von dem, ich verteidige so gut! Scheiß Pelé, du ***! Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung, aber sie lassen sich durchaus sein, sie müssen aus uns ... 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 ich mache ich mache es nicht definitiv nein ich mache ich mache es nicht der neue spielstand lautet hier also damit ist dieses heutige spieler so zu Ende stark gemacht, das kann man werden das Tor so fährt war für klare Verhältnisse und mit dieser Flur und dem Ründling der Kredit gespielt Elfmeterschießen im 19. Spiel die Insel kann losgehen super gemacht alles ist bereit für dieses Fest kein Ohr Sitter alles bereit für diese Er zeigt keine alles alles wenn der Kieler sich bewegt der Ketter ist Holger Thomas Thomas hat noch mal gefeiert, er macht sich bereit, wenn ich es nicht wiederum bin. Oh ja, ich habe die Lasse gemacht. Was für eine Parade, ganz stark gehalten. Alle Augen sind auf ihn gerichtet, wenn er den jetzt... Ja! Okay. Ach, Digga, ey, nicht so ein Tor. Nicht so ein Tor im entscheidenden Spiel. Was? Besser kannst du es nicht zustellen, tut mir leid. Ich kann es nicht besser machen. Ja, hat doch verdient. So ein Scheiß-Gegner muss ich im letzten Spiel kriegen, Mann! Da spielt es auf Zeit, ich würde es auch so machen. Ich würde es auch so machen. Ich hätte es auch so gemacht. Aber auch einfach zu gut. Ehrlich, das ist so bitter, so ein Gegner im letzten Spiel zu kriegen im entscheidenden Spiel. Ey, so ein Dreckshaufen, F***er, ey. Also, wenn hier jetzt kein Kunko oder Bellingham drin ist. Meine Nerven. Ich kann nicht mehr, wirklich. Ich kann nicht mehr. Oh. Davies. 50K-Set. Let's go. Rock out. La Kaka. La Kaka. Uh, ja. Nice. Uh, baby. 125K-Set. Und ich garantiere es euch, das Set wird jetzt schlechter als eben ist 50K-PG. Okay. 100 Pro. Sicher mal Rock out drin. Immer so. Pass auf jetzt. Ciao. Ich bin mal wieder komplett gebrochen. Die, ey. Ganz starkes Spiel, wirklich. Ja. Dass ihr auch Mitte Mai richtig geile Server habt. Wenn das Spiel hier acht Monate draußen ist. Stabil. So. Und dann würde ich sagen. Ich muss so raus. Lasst gern ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö, tschö.